WDR aktuell, der Tag um 6. Mit Brigitte Simnacher, guten Abend, das sind die Themen für Sie, die Übersicht. Schlagabtausch übers neue Infektionsschutzgesetz und Appelle im Bundestag. Impfen, 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 boostern, boostern, boostern. Und ich sage auch, wir kommen voran. Sabine Dittmer von der SPD. Pflegebonus mit Verspätung. Es ist noch nicht klar, wer die Pflegeprämie bekommen soll. Ohne König, Pomp und Bankett, nüchterne Nobelpreisverleihung in Berlin. Und das Wetter, Nachtschneeregen oder Schnee in den hohen Lagen, Regen im Flachland, morgen tagsüber wechselhaft 0 bis 8 Grad. Der Koalitionsvertrag, heute unterschrieben, die Kanzlerwahl morgen. Die Ampelparteien starten mit großen Herausforderungen in ihre gemeinsame Regierungsarbeit. Beispiel Bundestag heute Nachmittag, schärfere Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Während Wolfs kämpft zum geplanten Infektionsschutzgesetz. Um eine Impfpflicht für alle geht es noch nicht. Aber wer in Heimen, Krankenhäusern, Arztpraxen, bei Rettungsdiensten oder als Hebamme arbeitet, soll sich in den nächsten drei Monaten gegen Corona impfen lassen. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Maria Kleinschmeink, erklärt, das soll besonders gefährdete Gruppen schützen. Die älteren Menschen in den Einrichtungen, die Menschen mit Behinderung in den Einrichtungen, in der Eingliederungshilfe. Alle die, die Behandlungen und Eingriffe im Krankenhaus und im Gesundheitswesen brauchen. Von der AfD kommt harsche Kritik an der Impfpflicht. Sie wirft SPD, Grünen und FDP Wortbruch vor. Schon am Freitag sollen Bundestag und Bundesrat die Gesetzesänderung beschließen. Damit es beim Impfen schneller geht, will die neue Koalition auch Tierärzte, Zahnärztinnen und Apotheker impfen lassen. Sie sollen eine extra Schulung bekommen. Und dann stehen noch Verschärfungen für Corona-Maßnahmen im Gesetzesentwurf. Die SPD-Politikerin Sabine Dittmar, künftig Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, sagt, die Änderungen sollen klarstellen. Dass die Länder natürlich Freizeit- und Kultureinrichtungen, also auch Clubs und Diskotheken schließen können. Dass sie Veranstaltungen absagen können und dass darunter auch Kongresse und Messen fallen. Neu geben wir den Ländern die Möglichkeit, auch die Gastronomie komplett zu untersagen. CDU und CSU, die das gefordert hatten, finden diese Verschärfungen zwar richtig. Aber noch besser fände Fraktionsvize Stefan Stracke, wenn einfach die epidemische Lage wieder gelten würde. Sie handeln zu spät und sie handeln zu wenig. Denn bestimmte Maßnahmen sind weiterhin nicht möglich. Keine flächendeckenden Schließungen von Schulen und Kindertagesstätten, auch der Einzelhandel, Fitnesscenter oder Schwimmhallen bleiben grundsätzlich auf. Also die Impfpflicht in bestimmten Einrichtungen ist mehr oder minder beschlossene Sache. Was halten Sie davon? Definitiv eine gute Entscheidung, wer ich führe. Die haben ja mit vielen höchst kranken Menschen zu tun. Und die Chance, dass die sich anstecken selber, ist in meinen Augen viel zu hoch. Ich bin schon in der Pflegearbeit als Teilarbeiterin. Eigentlich, ich will das nicht, aber es gibt keine andere Möglichkeit, leider. Finde ich super, ich arbeite in der Altenpflege und ich bin da absolut dafür, weil ich viel zu viele Kollegen habe, die nicht geimpft sind. Stimmen aus Dortmund. Pflegekräfte leisten in der schwierigen Pandemielage Herausragendes. Da sind sich ganz viele einig. Patienten, Ärzte, Angehörige und Politiker über alle Parteigrenzen hinweg. Die neue Ampelkoalition will deshalb eine Milliarde ausgeben als Wertschätzung für die herausragende Leistungen der Pflegerinnen und Pfleger auf Intensivstationen und in Seniorenheimen. Steht sogar so im Koalitionsvertrag. Der Pflegebonus sollte im Januar kommen, daraus wird nichts. Marcel Heberlein im Hauptstadtstudio, wo ist das Problem? Ja, es geht letztlich um die Frage, wer soll den Pflegebonus bekommen? Da fehlen verlässliche Daten, sagt Frau Westig, die Gesundheitsexpertin von der FDP. Weil einfach entschieden werden muss, welche Intensivpflegekräfte und andere Beschäftigte, vor allem auch in Krankenhäusern, haben denn wirklich unter der besonderen Corona-Anforderung am meisten leiden müssen. Welche Menschen sollen wirklich diesen Bonus bekommen und wo hört man auf? Da ist man eben noch auf einer sehr unsicheren Datengrundlage, sagen jetzt die Gesundheitsexperten von der Ampelkoalition. Da soll es bessere Zahlen geben durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft und andere, die sollen jetzt diese Zahlen liefern und bevor man die nicht hat, will man nicht entscheiden. Wie soll es denn jetzt praktisch laufen, damit die berechtigten Pflegekräfte an ihr Geld kommen? Also letztlich soll das Gesetz Anfang 2022, so ist der Wortlaut, kommen und dann dauert es natürlich noch ein Stück, bis das Ganze ausgezahlt wird. Hoffentlich im ersten Quartal, das ist zumindest die Ansage der FDP. Ja, und im Gespräch sind so bis zu 3000 Euro pro Person. Insgesamt hat man eine Milliarde dafür zur Verfügung gestellt oder will man dafür zur Verfügung stellen. Aber hängt natürlich auch davon ab, wer am Ende berechtigt ist, das zu bekommen. Und der Deutsche Pflegerat zum Beispiel, der ist sehr skeptisch, ob das eine gute Idee ist mit diesem Bonus. Lieber dauerhaft und stetig den Pflegekräften mehr Geld bezahlen, das wäre die Idee des Deutschen Pflegerats. Und die 3000 Euro pro Kopf, die kommen so eins zu eins aufs Konto? Letztlich muss es ausgezahlt werden durch die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Und die haben natürlich jetzt auch in diesem ersten Schritt durch zum Beispiel die Deutsche Krankenhausgesellschaft schon mal ein bisschen mitzureden, an wen soll das Geld am Ende gehen. Das sind ja die Expertinnen und Experten, die auch einschätzen können im besten Fall, wer wurde besonders belastet durch die Corona-Pandemie, die ja immer noch die Intensivstationen sehr stark belastet und wer nicht. Aus Berlin Marcel Heberlein für WDR aktuell. Die Feiermeilen in Köln und Düsseldorf können am Wochenende lebensgefährlich werden. Da sind zum Teil aggressive Leute drunter, die bewaffnet Krawall suchen. Ein Waffenverbot soll das ändern. Die Kurznachrichten mit Christina Maria Griefe. Ab dem 21. Dezember soll es an den Wochenenden in der Düsseldorfer Altstadt, auf den Kölner Ringen und auf der Zülpicher Straße Kontrollen geben. Laut Innenminister Reul darf die Polizei dann auch ohne konkreten Anlass überprüfen, ob jemand Pistolen, Elektroschocker oder gefährliche Messer dabei hat. Das kann bis zu 10.000 Euro Strafe kosten. Hintergrund sind mehrere tödliche Angriffe in den letzten Monaten. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat einen Piloten aus Kleve als Terroristen der islamistischen Al-Nusra-Front zu mehr als drei Jahren Haft verurteilt. Tatsächlich muss der Mann aber nur noch sieben Monate der Strafe verbüßen, weil ihm Haftzeiten im Senegal und in Deutschland angerechnet werden. Das kleine Elektroauto Ego hat Mängel. Das Aachener Unternehmen ruft deswegen 750 Fahrzeuge zurück in die Werkstatt. Aufgefallen seien die Mängel bei routinemäßigen Qualitätsüberprüfungen, so eine Sprecherin. Unfälle mit dritten oder verletzten Personen habe es bisher nicht gegeben. Betroffen sind insgesamt 750 Kleinstwagen der Marke Ego. Die Vollsperrung auf der A45 bei Hagen wird sich weiter hinziehen. Experten untersuchen mit zeitaufwendigen Verfahren die betroffene Brücke in Höhe Lüdenscheid. Auf den Ausweichstrecken kommt es vor allem im Berufsverkehr zu langen Staus. Eine Taskforce der umliegenden Städte, der Autobahn GmbH und von Straßen NRW soll jetzt Wege finden, die Verkehrssituation zu entspannen. Soweit die Kurznachrichten. Die glitzernden, glänzenden, funkelnden Ruhm müssen 2021 zu Hause in den Schränken hängen bleiben. Schwedens Königin Silvia und Kronprinzessin Viktoria können ihre Diademe getrost in der Vitrine lassen. Dieses Jahr kein Bankett zu Ehren der Nobelpreisträger und der einzigen weiblichen Nobelpreisträgerin. Sie alle bekommen ihre Ehrungen in ihren Heimatländern. So auch Benjamin List aus Mühlheim an der Ruhr, der seinen Chemiepreis im Berliner Haus der Max-Planck-Gesellschaft bekommt. Kleiner Trost, er war schon mal da in Stockholm mit seiner Tante Christiane Nüßlein-Vohlhardt. Ich bin schon ein bisschen traurig, weil ich hatte ja das große Glück schon mal da gewesen zu sein. Und zwar 1995, als meine Tante den Medizin-Nobelpreis gewonnen hat. Da hat sie mich netterweise mitgenommen und ich weiß, wie wunderwunderschön es ist. Es ist schon was anderes, wenn der König mir den Preis verleiht. Auf der großen Bühne, wo das gesamte Nobelkomitee sitzt und alle Fracks anhaben und auch die Damen alle toll gekleidet sind, das ist schon einfach was anderes. Immerhin, der feierliche Frack bleibt Benjamin List erspart. Ein schicker Anzug und eine Krawatte, die er sonst auch so gut wie nie trage, reichen heute Abend aus. Seine Mitarbeiter, Kollegen und Doktoranden am Max-Planck-Institut in Mühlheim werden gebannt vor den Computern sitzen und den Livestream aus Berlin verfolgen. Große Party auf dem Campus? Fehlanzeige. Auch nicht, wenn Benjamin List den Nobelpreis am Freitag ins Ruhrgebiet mit nach Mühlheim ins Institut bringt. Theoretisch hätte man jetzt denken können, dann machen wir einfach ein tolles, großes Fest hier in Mühlheim. Das wäre ja auch mal was Schönes und ich lade alle ein. Und dann sind wir 600 Leute in der Stadthalle oder so. Naja, diese Idee habe ich dann schnell verworfen, als klar wurde, das mit den Corona-Zahlen geht leider wieder ein bisschen hoch. Und deshalb machen wir was ganz Zurückhaltendes und gucken dann im kleinen Kreis diese Preisverlage an. Benjamin List, das war ein Beitrag von Maja Gref zum Wetter. Heute die gleiche Frage wie gestern um diese Uhrzeit. Marcel, Claire, wird Schnee und Regen kommen und wird es womöglich wieder glatt auf den Straßen? Ja, also am späten Abend ziehen wieder dichte Wolken zu uns. Und genau wie in der letzten Nacht kommen sie wieder von Belgien und den Niederlanden. Die ziehen wieder einmal ganz durch Nordrhein-Westfalen und bringen Schnee oder Schneeregen mit. In den höheren Lagen, da fällt halt Schnee. Es besteht also wieder Glättegefahr. Und auch morgen zum Berufsverkehr kann es hier und da wieder glatt sein. Dazu wird noch auch meist ein starker Wind. Morgen ziehen dann die letzten Schneeschauer langsam ab. Dann wird es wieder trockener. Und am Nachmittag gibt es dann einen Wechsel aus Sonne und Wolken, so bei bis zu sieben Grad. Marcel, Claire aus der Wetterredaktion. Das war schon WDR aktuell, der Tag um sechs mit Brigitte Simnacher. Vielen Dank. Vielen Dank.